Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Man spricht Deutsch Box von Cairon, alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Man spricht Deutsch von Cairon, das ganze aus dem Jahr 2013, wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, so sieht das ganze aus, wir haben hier eine recht ungewöhnliche Box und zwar ist das ganze hier unten und oben entsprechend mit Karton und in der Mitte dann einfach hier so mit Folie verschweißt, also so vom Boxformat sehr ungewöhnlich. Wir werden das ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier oben bei der Schweißnaut und dann kann es auch schon losgehen. So, wir haben hier oben einmal den Namen der Band, allerdings etwas ungewöhnlich, denn man schreibt es hier normalerweise mit C. In diesem Fall wurde das C hier durchgestrichen und durch ein K ersetzt, also Cajon aus oder wie sie selbst sagen mit K wie Krawall. Man spricht Deutsch, Premium Edition inklusive zwei Bonus Liedern und exklusive T-Shirt. Dann haben wir hier das bekannte Logo, also einen Adler mit dem Blitzkreuz darunter oder in den Klauen. Dann lesen wir hier Cajon streng limitierte Edition. Diese Box enthält ein T-Shirt in der Größe M. Cajon streng limitiert Edition. Jawohl, das Ganze geht dann hier auf. Also man kann hier das Album entnehmen. So, dann kommt dahinter auch nochmal der Adler mit dem Kreuz zum Vorschein. Erinnert natürlich etwas an den Reichsadler. Ich glaube das ist auch beabsichtigt. Dann haben wir hier auf der linken Seite die Tracklist, auch ungewöhnlich, dass man die hier so auf die Seite, auf die Box drauf packt. Und wir haben hier auf diesem Album 13 Tracks, wobei die letzten zwei Bonus Tracks sind. Und wir haben Features und zwar einmal ein Feature von BLAB und ein Feature von KIZ. So, Internetadresse, dann haben wir hier noch einen Barcode und die Beteiligten. Auf der Rückseite sieht das so aus. Wir haben hier ein Sichtfenster, durch das man schon das Shirt sieht. Oben lesen wir nochmal Premium Edition inklusive zwei Bonus Litern und exklusive T-Shirt. Unten in Rot. Okay. Das Ganze geht dann oben oder unten auf, je nachdem. Ich werde mal oben aufmachen, wenn es funktioniert. Jawohl. Und dann kommen wir hier zum Shirt. Und mehr ist hier auch nicht weiter drin. So, jetzt kann man endgültig durchschauen hier durch das Sichtfenster. Dann packen wir die Box mal zur Seite. Und starten wie immer mit dem Album an sich. Also, wie auch schon das Boxdesign, auch hier wieder der Adler mit diesem Blitzkreuz. Darunter lesen wir wieder Kaijon, man spricht Deutsch. Das Ganze kommt hier in einem Digi-Pack. So sieht das aus von der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmals die Tracklist. 13 Stück, die zwei Features auch wieder angeführt. Darunter die Beteiligten. Spannenderweise kein Barcode. Und wir haben hier die fünf Bandmitglieder in wunderbarer, ja, in wunderbarer Manier, in wunderbaren Outfits. Bastian, Thorsten, Bernhard, Christoph und Maximilian. Die fünf Herren, die die Band bilden. So, es ist das fünfte Album von Kaijon. Wir schauen als erstes mal ins Booklet. Auch hier natürlich wieder das Logo. Dann haben wir hier Basti-Basti, Bernhard, Thorsten, Kotze, Kolsche. Dann haben wir das Bier. Kaijon-Bier. Und was lesen wir hier noch? Ja, hier haben wir dann Kotze. In bester Jesus-Manier. Ja, ziemlich heftiges Booklet. So wie man es von den Herrschaften kennt. Dann haben wir hier die Infos zu dem Album. Also die Credits. Wer hat hier mitgewirkt? Wer hat hier was beigesteuert? All das kann man hier nachlesen. Und natürlich nochmals die fünf hier zum Abschluss. So, dann haben wir hier noch einen blutverschmierten Traktor. Den packen wir hier wieder zurück. Das Booklet findet hier in dieser Stecktasche Platz. So, hier nochmal die fünf Herrschaften abgebildet. Und dann kommen wir zur CD. Hier lesen wir auch nochmal, man spricht Deutsch inklusive dem Traktor. Die CD erinnert mich auf den ersten Blick mal an Saw. Falls ihr das kennt. Also die Filmreihe, die Filmserie Saw. Kaijon, man spricht Deutsch. Premium Edition. Das Ganze hier in feinster Siegeblatt-Optik. Und dahinter wieder in schwarz und rot mit einem Totenkopf. Sehr schön. So, dann packen wir das Album zur Seite und kommen zum zweiten und gleichzeitig auch letzten Boxinhalt. Und das ist in diesem Fall ein Shirt. So, das was wir durch das Sichtfenster vorhin gesehen haben, diesen Schriftzug hier, dieses MSD, das ist der Backprint. Also wir haben hier auf der Rückseite das Ganze in schwarz gehalten und dann lesen wir hier MSD in Großbuchstaben, also man spricht Deutsch. Und auf der Vorderseite sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier den Schriftzug Kaijon, in diesem Fall wieder mit dem roten K drüber. Dann haben wir hier den Adler samt Blitzkreuz in Grau und Weiß. Also rein vom Format, rein so vom Motiv gefällt mir das richtig gut. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier ein Gildan Heavy Cotton in der Größe M. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, sowie natürlich das Album mit den insgesamt elf Tracks hier im DigiPack. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Man spricht Deutsch von Kaijon. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kaijon unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao. 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 Ciao.